Herzlich Willkommen bei Erdgeflüster. Heute machen wir noch in letzter Minute einen zauberhaften Adventkranz ganz schnell und einfach. Die Materialien, die wir für diesen Adventkranz brauchen, hat glaube ich jeder zu Hause in der Küche oder im Garten. Ihr braucht nur einen Tortendeller oder irgendein Gefäß, egal was es ist und natürlich Grünzeug vom Garten und unsere Kerzenhalter sind Eierbecher. So einfach geht das und schaut richtig toll aus. Dazu brauchen wir dann auch noch entweder einen Sand oder Reis. Ich glaube Reiskörner hat jeder zu Hause. Und natürlich Kerzen. Und da ist es gar nicht wichtig, dass man zum Beispiel von einer Farbe vier Stück hat. Man kann sie ja auch bunt gestalten. Man kann den Adventkranz auch bunt gestalten. Wir brauchen jetzt eigentlich nur eine Schere, nicht einmal eine Schnur, keine Klebepistole und auch keinen Draht. Das machen wir alles einfach so mit den Händen. Zuerst zeige ich euch aber, welche Schale ich verwende. Ich verwende diese Schale. Es geht aber genauso gut ein Tortendeller oder eine Etagere, was ihr eben habt. Und jetzt messe ich mir gleich einmal hier den Umfang aus mit dem Efeu. Denn da wird hier einfach nur hinaufgelegt. So, das passt schon so. Das ist jetzt meine Größe. Und jetzt wickele ich einfach den Efeu herum, sodass der Kreis schön wird. Jetzt nehme ich die nächste Efeu-Ranke. Wickele ihn wieder nur herum, ohne Schnur, ohne Draht, einfach nur so. Denn das hält super. Jetzt schaue ich, ob der Efeu-Kranz jetzt hier hineinpasst. Ja. Ich glaube, ich werde noch eine Ranke herumbinden. Damit er ein bisschen buschiger wird. So, und das Endstück nehmen wir einfach hier zwischen den anderen Ranken hinein. Und so hält der Kranz von alleine. Jetzt schauen wir noch einmal. Und jetzt gehen wir gleich einmal an und machen unsere Kerzenhalter mit den Eierbechern fertig. Dazu brauchen wir einen Eierbecher. Und wenn ihr keinen Sand habt, könnt ihr genauso Reis verwenden. Denn Reis hat, glaube ich, jeder zu Hause. Und den Reis kann ich ja nachher wieder verwenden. Das passiert ja nichts. Das sind ja alles nur trockene Teile. So, jetzt fülle ich mal den Becher bis zur Hälfte mit Sand. Ich stecke die Kerze hinein. Und fülle jetzt mit Sand auf. Das stelle ich einfach da hinein. Jetzt klopfe ich ein bisschen den Sand hinunter. Und meine Kerze steckt schon richtig doll darin und wackelt auch nicht mehr. Und in diesen Sand stecke ich jetzt Hagebutten oder Eichenkappel. Die liebe ich sehr. Die sammle ich über das ganze Jahr. Und die werden jetzt einfach hier hineingesteckt. Dann habe ich hier noch von der Glanzmispel die Blüten, bevor sie aufblühen, habe ich die geschnitten. Denn die schauen so richtig toll aus. Die stecken wir auch einfach nur hinein. So. Und der erste Kerzenhalter, Kerze mit dem Eierbecher, ist fertig. Jetzt nehmen wir die Schale wiederum mit dem Efeu. Da habe ich schon welche vorgemacht. Jetzt setze ich hier in die Mitte noch einen Zapfen hinein. Ich könnte aber genauso gut, ups, das hat sich verheddert, eine Zierlauchkugel hineinsetzen. Aber ich nehme in diesem Fall den Zapfen einfach hier in die Mitte hinein. Und jetzt kommen noch kleinere Zapfen rundherum. Was ihr eben habt, da könnt ihr alles verwenden. Ich könnte auch noch die Eichenkappel herumlegen. Ich habe sie ja schon da oben verwendet. So. Voilà. Und der Adventkranz ist fertig. So schnell geht das. Bitteschön. Und wenn euch da irgendwas zu weit raus steht, das schneidet ihr einfach weg. Und mir gefällt es sehr, sehr gut. Und wenn ihr aber keinen Efeu habt, dann zeige ich euch noch eine Variante mit einer länglichen Form. Da braucht ihr einfach nur eine Holzkiste, Kistern oder wenn ihr ein Serviertablett habt, ein längliches. Das könnt ihr alles verwenden. In diesem Eierbecher habe ich jetzt Reis hineingegeben und ich muss sagen, mit dem Reis funktioniert es viel besser. Man kann viel besser stecken. Das hätte ich mir gar nicht gedacht. Aber es ist so. So. Und in diesem Tablett oder Holzgefäß habe ich schon die drei Kerzen drinnen und jetzt kommt die vierte. Einfach hineingestellt. Und es macht gar nichts, dass die Kerzen unterschiedliche Farben haben. Es schaut sogar viel fröhlicher aus, finde ich. Und jetzt wird diese Schale eigentlich nur mit Zapfen, egal was ihr da habt, mit Efeubeeren geschmückt. Da habe ich auch kleine Eibenstücke. Ist aber egal. Ihr könnt auch Wacholder, was ihr eben habt. Und wenn ihr so ein Grünzeug nicht habt, dann lasst es einfach. Es muss sie nicht unbedingt sein. Und die Efeubeeren. Die finde ich besonders hübsch. Die trocknen zwar ein bisschen ein, aber das macht nichts. Und da könnt ihr hineingeben, was euch gefällt. Nicht allzu viele, nur ein paar. Und wenn ihr wollt, wenn ihr noch Sterne daheim habt, könnt ihr natürlich auch solche Sterne hineingeben. Die zweite Variante ohne Efeu wäre fertig. Und das geht ratzfatz. Und es bleibt lange schön. Es türt ja fast nichts ein. Ja, das waren jetzt die zwei Varianten mit den Eierbechern. Ich finde das so genial. Und wie man gesehen hat, wirklich ruckzuck fertig. Und ihr habt fast alles daheim. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und eine wunderschöne Adventzeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.